Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schon wieder ein kleines Update. Ich werde dann das folgende Video, was ich eigentlich geplant hatte, über die Preise an den Strombörsen am Gasmarkt, werde ich dann erst in den kommenden Tagen online stellen, denn ich finde das heute viel interessanter noch. Aber es greift irgendwo auch die Thematik eben auf, die ich im nächsten Video eben aufzeigen möchte. Was ist heute passiert? Die Inflationsrate ist im Euro-Raum deutlich niedriger ausgefallen, wie eigentlich gedacht. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Viel Spaß, wie immer natürlich mit dem Video, aber zunächst der Risikoinweis, alles was ich hier wieder aufzeige im Konto, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was man möchte. Es ist keine Anlageberatung, es ist meine Empfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Heute stehen viele wichtige und mehr interessante News und Daten eben an. Und so gab es eben auch heute, wie bereits angekündigt, die Inflationszahlen für Euro, für den Euro-Raum. Und 9% war eigentlich angedacht, war geplant oder prognostiziert geworden. Jetzt ist es aber nur 8,5 geworden. Jetzt wird es natürlich gefeiert wie ein Riesenerfolg, wie ein Riesensieg. Was war die Konsequenz aus der ganzen Geschichte? Die Aktienmärkte sind nach oben gestürmt und ich werde gleich nochmal auf den Euro auch eingehen. Das war also sehr positiv zu sehen. Außerdem dann noch aus Amerika Arbeitsmarktzahlen natürlich, die Non-Farm-Payrolls. Der ISM, der ist deutlich schlechter ausgefallen, wie prognostiziert nochmal. Und heute Abend wird eben nochmal ein interessantes FED-Statement bzw. FED-Meeting und natürlich dann die Zinsentscheidungen. Ich bin gespannt, wie die ausfallen wird. Eben gerade vor dem Hintergrund, weil eben der Euro heute so extrem reagiert hat, ob man vielleicht trotzdem mehr Zinsen oder den Zins, den Leitzins deutlich höher setzen wird als prognostiziert. Oder ob man eben genau das macht, was die Märkte erwarten. Und davon ist eigentlich trotzdem nach wie vor auszugehen. Denn ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man die Märkte nochmal verschrecken will. Und deswegen wird es vermutlich beim alten Wert eben bleiben. Dann schauen wir uns einfach mal die Inflation hier auf einem langfristigen Periodenchart eben nochmal an. Oder einen langfristigen Chart einfach an. Und da kann man wunderbar erkennen, die Inflation kommt jetzt runter. Ist aber nach wie vor natürlich auf einem extrem hohen Niveau. Und das ist eigentlich ein Witz, wenn man ganz ehrlich ist, dass man hier jetzt jubelt, weil die Inflation ein bisschen niedriger ausgefallen ist, wie es eigentlich geplant war oder prognostiziert wurde. Der Unterschied ist so minimal und vor allem immer noch auf diesem extrem hohen Niveau. Aber trotzdem wird es von den Märkten gefeiert. Regelrechter Aufschrei so gesehen. Und jetzt hofft man vermutlich, denke ich mal, dass die EZB die Zinsen diese Woche niedriger lassen wird, wie vielleicht geplant. Könnte ich mir vorstellen, dass die Märkte das vorwegnehmen. Auf jeden Fall wurde das Signal insgesamt sehr positiv aufgenommen. Und deswegen kann man auch wunderbar erkennen, der Euro ist eigentlich seit Vormittags nur gestiegen. Und natürlich ganz besonders ab Bekanntgabe, es war irgendwo in dem Zeitraum, kennt der Euro eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach oben. Also man feiert es in der Eurozone. Es ist sehr positiv. Und ja, so kann man eben auch mit News, mit Marktinfos sehr schnell viel Geld verdienen, mit Anführungszeichen. Ich werde jetzt gleich nochmal einen Blick auf den Aktienmarkt werfen. Und dazu werde ich Ihnen mal auch einen DAX nochmal aufzeigen. Das schauen wir uns jetzt an. Hier eben dann der DAX, der FDAX, auch im 5-Minuten-Chart. Und hier kann man dann auch wunderbar erkennen, wie eben danach bekannt werden, diese Zahlen. Dann der DAX eigentlich nur noch eine Richtung kannte, nämlich nach oben. Da sieht man einfach mal, wie wichtig das eben, es ist eben, ja auch Wirtschaftsdaten zu schauen. Denn die haben wirklich extremen Einfluss auf die Kurse, auch wenn man es nicht vermuten möchte. Oder viele, dass das sagen, dass das nicht stimmt. Ich kann es nur gegenteilig eben beantworten. Und wie man hier am Chart sieht, ist es auch so. Und wichtig ist bloß für mich immer die Prognose. Das heißt, wenn die Prognose deutlich abweicht, gerade dann kommt es immer häufig zu extremen Kursbewegungen. Heute eben in die positive Richtung, waren sehr schnelle Trades, in denen man eben sehr große Kursspannen einfahren konnte. Das war es erstmal wieder mit dem Video. Ich werde, wie gesagt, morgen rüber, morgen dann das nächste Video dann gleich schon wieder online stellen. Bis dahin bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zugucken. Wünsche noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video.